Wer hätte es gedacht Winter Wonderland eine neue Folge von ausprobiert. Wir haben mal den Schneeschieber modifiziert oder die Schneeschaufel mit einem Griff und gucken uns mal an was das bringt. Normalerweise würde ich den Schneeschieber so nehmen und dann ist es halt doch eher schwierig, wenn der voll ist, den zu dirigieren. Jetzt haben wir ihn mit einem Griff modifiziert. Den kann man wunderbar so schütten. Das war die modifizierte Schneeschaufel. Habt ihr die auch schon mal ausprobiert? Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar oder einen Daumen da auch in die andere Richtung, wenn es nicht gefallen hat und bis demnächst.